Ach, wieso nehm ich den Thorn weg hier? Keine Ahnung. Ach, überhaupt hier zu sein ist so gefährlich. Aber da jetzt bin ich fest. Sehr gefährlich. Bisschen. Dankeschön. Ich nehm dann mal nen Umweg nach Hause. Kann ich denn erst wenn man ihn töten? Mama sagt immer, man soll zu spät nicht mehr alleine durch den Wald laufen.